Was macht eine Rolle hier? Oh Gott. Gott, durchatmen. Hexerei und Zauberkraft? Ich glaube nicht an uralte dämonische Prophezeiung oder an die Macht des Übernatürlichen. Daher wurde ich erkoren, die Willen der Bruderschaft zu vollziehen. Die Ältesten des Ordens betonen, dass ich auserwählt wurde. Dass Gott mir eine Gunst gewährt. Oh Gott, ich kann schon... Ey Leute, ich kann schon nicht mehr lesen. Das wird in Castlevania Teil 2 sehr nett werden bei der einen Szene, die es da noch geben wird. Doch hier an diesem höllischen Ort, zu dieser späten Stunde, höre ich das dumpfe Gelächter des Todes laut in meinen Ohren wiederhallen. Wie töricht ich war, eine derartige Mission anzunehmen. Ruhig. Wo ist mein Gott jetzt, da ich ihn am dringendsten brauche? Was auf die Rückseite der Schriftrolle ist folgende Burschaft gekritzelt. Jener, der tapfer und reingeistig ist, findet seine Bestimmung im Rachen der Bestien von Ark. Okay, du bist dir nicht sicher, ob es die Bestie von Ark wirklich gibt oder ob der Ritter starb, als er dieses Wort niederschrieb. Im Rachen der Bestien von dem Vergessenen? Ja, was wird das jetzt? Was wird das jetzt? Oh nein! Echt jetzt? Oh. Ja, warum auch nicht? Oh. Ja, warum auch nicht? Sends. Komm schon, Gabriel! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist so unfair. Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh ja, das ist die pure Konzentration! Oh ja, das war's! Ach, Mann, oh Mann! Es ist aber immer gut, dass wir die Checkpoints so erreichen! Oh ja, das war's! Oh ja, das war's! Es tut mir wirklich leid, dass ich ab und zu so leise bin! Das ist echt eine Konzentrationssache! Aber das haben wir auch gleich geschafft! Oh ja, das war's! Oh ja, das war's! Was muss ich jetzt machen? Oh Gott! Warte, warum bist du so Steuerung? Deswegen spiele ich auch keine Shooter!